guten tag meine lieben leute hier sind wir ja ich weiß ich vernachlässigen ein bisschen jetzt den großen account aber es ist halt wirklich die möglichkeit jetzt die ich nutzen möchte halt um den expose halt wirklich näher zu kommen und deswegen habe ich mir diesen gegner gerade ausgesucht auf jeden fall warum hab ich ich habe mir doch den zweiten auch noch den dritten auch noch gejammt egal der puster ist weit genug weg kommt hier geben wir gleich richtig gas kommt ich das darf nicht verkackt werden ganz klare sache das darf nicht verkackt werden ich muss hier jetzt alter los weil wenn das verkackt wird auf jeden fall hier schnell im rage die mauer brecher das geht so übel rasant weg gucken wir mal was wir an der cb haben hier und jetzt wird hier richtig gelutscht aber am richtig harten stein wenn ihr versteht was ich meine und ja sehr geil hawk rider läuft richtig epic loot so wollen wir das sehen der hat richtig das was wir wollen kriegen wir sogar noch ordentlich was vom dunklen easy going richtig richtig nice immer noch 194.000 also echt richtig richtig viel noch so gucken wir mal expo passt ist total easy zwei sachen gar kein thema der expo nur auf 1 und wenn wir dann jetzt wirklich mit 3 machen müssten dann wäre es natürlich jetzt schwierig aber so passt das ganz gechillt in mein bild rein und dann passt das richtig cool so gucken wir mal ja sehr geil ja okay ich meine die die kasse die kaserne die cb ist jetzt vollkommen egal da wird auch nicht wirklich was drin sein sehr gut dass er die helden halt wirklich hier außen hatte das hat mir jetzt gut gefallen so jetzt müssen wir aufpassen aber gut haha der eine bogieturm hört auf die kanone fängt an einwandfrei jetzt kommt das gold lager da läuft freut er sich natürlich klar ich krieg natürlich das lager ja genau ich drück natürlich ja das war fail aber so ist das ist halt wirklich der nachteil von doostex aber so ist es halt viel mehr hätte ich eh nicht bekommen ich hätte eventuell noch hier das das lager bekommen aber gut okay da habe ich mich halt verklickt richtig cool 280k das sieht richtig lecker aus ich mache das schon mal einfach um die zahl schon mal zu sehen mir fehlen noch 40.000 und das war richtig nice richtig richtig nice das gefällt mir und danach lege ich die queen gleich mal ganz dekadent ich müsste ich brauche noch ein bisschen was mehr also 4k bräuchte ich noch das wäre natürlich richtig geil wenn ich die queen danach gleich noch hinlegen würde weil ich habe drei bauarbeiter noch frei dankeschön ja 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 hier 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 oben hier oben kann ich mich richtig austoben habe relativ wenig einzeln schaden und dann den mit dem king und den rest mit der queen das sollte ganz gut laufen hier eins zwei drei lager das untere hier da gehe ich mal jetzt nicht drauf das wird nicht wer da will sein hier so komm mit den ganzen barbaren hier noch rein dann läuft das king geraged und dann können wir hier noch reingehen mit dem king sind wir drinnen und haben sogar schon ein bisschen was das gold lager angehittet ja geschafft nee ah ich habe mich ja total verrechnet ich brauche ja sechs mille wie kann man sich denn wieder so verrechnen ja herzlichen dank das heißt ich muss mich noch mehr anstrengen vollkommen egal wird gemacht ich will zwei x bows auf einmal upgraden und dann muss das gemacht werden so gucken wir mal sollten wir hier noch was reißen nee ich glaube nicht egal der eine rage den hauen wir noch ein kriege ich das noch hin hier nee nee egal passt 100k ah ärgerlich ich dachte echt oh ja fünf mille juhu ich habe es geschafft der ist ganz nett der ist ganz nett wie gesagt denkt bitte dran es ist die ganze zeit nur die dreier queen also nicht irgendwie mit netz und doppeltem boden es ist nur die dreier queen so hier muss ich natürlich richtig aufpassen dass ich halt echt ähm die truppen richtig setze weil ich habe keine heiler mehr zusätzlich das heißt die dürfen nicht drauf gehen und jetzt müssen wir gucken ja sehr gut puster wird auseinander genommen dann der magierturm und sobald der down ist kann ich die mauerbrecher rausschicken zack drei stück reichen locker eigentlich schon ja ich wollte schon sagen zu viel aber war in dem moment halt vollkommen richtig ich hau das zeug mal hier raus dass die wirklich nicht draußen rum rennt das wäre nicht im sinne des erfinders so so ja sehr gut dass die natürlich auch gleich den bogeyturm ein bisschen anhitten und weg ist er sehr gut so jetzt weiß ich gar nicht was ich sehen will ja klar logisch das will ich sehen dass die aufs gold geht klar und dann wenn geht ein bisschen noch rein hier Mädchen geh doch bitte rein ja ja genau einwandfrei drei rage haben wir noch ja genau sehr gut sehr gut und ihr seht das halt wirklich ungeschnitten ich nehme hier nicht irgendwelche raus sondern ihr seht das ungeschnitten dass es halt wirklich die angriffe nach und nach kommen und hier richtig abgeliefert wird mit der dreier queen aber wie gesagt rage muss dabei sein ganz klar jetzt rathaus ganz genau gleich nochmal weil es ist halt einfach so zwei dreier x-bows dann der bogeyturm das halte ich natürlich nicht durch das halte ich natürlich nicht durch und natürlich klar vorteil auf jeden fall dann geht natürlich das rathaus auch schneller down schade dass es in die richtung geht ich wäre gerne lieber in die andere gegangen komm komm kein risiko no risk bringt mir das was wenn ich die beide jetzt ne ich hoffe ich hoffe sie gehen die die helden aber wiederum wenn ich die jetzt beide weg weggifte also zumindest ein bisschen anhitte dann könnte ich eventuell bessere chancen haben mal gucken sehen wir ja jetzt gleich mal was das halt bringt aber was habe ich was habe ich in der cb komm ich hoffe ich habe was richtig gutes in der cb und dass ich hier eventuell noch ein bisschen was platt machen kann das wäre mega nice ah schnell die kanone weg dann könnte ich es noch schaffen da ist garantiert wieder hier riesenbombe am start ja war klar war jetzt nichts neues und jetzt genau jetzt heilt sie die echt noch hoch richtig nice dann ist der bogeyturm down und dann ist die queen wieder komplett da richtig gut fast noch ein two star fast noch ein two star was wollen wir mehr guter loot ist in ordnung gewesen auf jeden fall wir uns fehlen noch alter die gold ich habe die gold lager sonst nie so voll muss ich ja mal ganz ehrlich sagen wisst ihr ja selber weil ich halt alles wieder in die in die mauern immer investiere und da geht das natürlich echt mega geil ab wenn man das mal so sieht elf genau einwandfrei passt das soll es auch wieder gewesen sein ich will es nicht zu lang machen wie gesagt sorry für die die hier sagen oh nein wir wollen den queen walk jetzt momentan echt nicht sehen ich will die expose ich will die expose und ja ich hoffe ihr auch das war es von mir ich wünsche euch was und ihr auch rein ciao ciao und 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 und